Hi, hier bin ich wieder. Ich alleine fast und ich habe am Ende der letzten Folge noch mal meinen Speed auf der Hose richtig eingestellt. Jetzt sollte ich eigentlich wieder normal laufen können, aufgrund der Tatsache, dass die Batterie hier oben recht schwer ist. So, jetzt mache ich die Spitzhacke in die Hand rein. Achso, das war ja so einfach. Ähm, hier war das nochmal. Was? Nicht du. Was mit mir? Nichts. Einfach nichts. Doch, ich bin zurzeit irgendwie irgendwie ein bisschen taub. Mach ich mir gleich noch irgendwas anderes drauf. Schaufel oder Axt? Was? Schaufel oder Axt? Äh, mach Axt. Ja, okay. Holz ist wichtiger als Dreck. Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme, weil es ein bisschen leckt. Bis gleich. Ist er auch das B-Jet-Pack? Äh, es gibt... Nein. Kein. Woher bin wir da? So. Okay. Hand funktioniert. Gut. Erzähl mal, was hast du heute so gemacht? Zwischen der letzten Aufnahme und der jetzigen? Ähm. Nichts. Einen anderen Server zum Laufen bekommen. Äh, ne, ich bekomme. Ich hab's versucht, aber nicht hinbekommen. Ähm. Hast du jetzt Zertusquartz? Was? Hab du Zertusquartz? Ich hab zwei Zertusquartz. Das kann man daraus nicht Zertusquartz machen. Nee, nee. Geht nicht. Außerdem brauch ich wirklich das Originale. Ich komm mal zu dir. Boah, du brauchst das Originale Zeug, ne? Ja. Haha. Wie, das Zeug aus deinem Schrank? Klar. Warte, ich hab Quartz gefunden. Ja, wo bist denn du grad? Na, Höhle. Willst du noch einer gleich wie vorhin? Äh, ja. Hey, Osman. Ich bin hier grad, wo du dich über die Lava gebaut hast. Ne, da bin ich nicht. Ich bin etwas weiter. Ja, wo bist du jetzt hin? Äh. Koordinaten plus 200. Ich hab ja keine Koordinaten. Wollte ich doch grad sagen, Mann. Wunderbrech mich nicht. Ja, ich... Plus 260. Warte. Und plus 130. Ach, was für X? Plus zwischen 200 und 300, äh, 280 bin ich grad. Z? Äh, 140. Y? 41. So hoch? Ja. Ich will mich grad wieder hoch bauen. Na damn. Bringts auch nicht mal, dass ich zu dir komme. Aber wir können auch gerne von mir aus dealen. So wie damals. Nein, Spaß. Ähm. Wir können dealen. Dass du mir zum Beispiel Copper oder Silber oder sowas gibst. Gibt ja, das hat es Quatsch. Ne, wir hast drin es, ja. 2. Was? 2. Ich brauche auch 5. Ich brauche auch 5. Wir machen es so. 1 Kupfer. 1 Kupfer. 1 Kupfer. 1 Kupfer. Ja, von mir aus, wiss ich nicht krach. Dann gibt es das mal. Ha, ha, oh ne, ne, ne. Skleis, Skleis, ne. Okay. Wenn ich sterbe, bist du schwarz von dir weg, ne. Mach mal so aus, Alter. Okay, ich hab 5. Okay? Ja. Komm her. Also gleich, wenn ich jetzt nicht getötet werde. Weil ich gerade sehr sehr hoch bin. Nee, ich hab sogar 6. Ja? Bin mal gestumm. Okay. War das das jetzt? Okay. Machen wir jetzt so ein Apothek drauf. Dass. Ich. 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 will mich gerade mal den nehmen. Circuit und Servo. Dass ich hier. Bei Han. Computer. Wollte noch gehen. Später. Ich suche grad mein Status Quartz. Solange er weg ist. Was auch so ein komisches. Wieso hat die schon vorher einer gelegt? ich. Toi, jetzt kann ich nicht schlafen gehen. Steht. Ne. So. Ähm. Der Baudy. Ist das ausgemacht? Ja. Baudy. Ich sag dir. Ben stopp. Also wenn ich wieder einen machen kann. Oh, ich muss erst mal hier... Ich echt jetzt einfach während der Aufnahme. So, kannst du einfach wieder... Komm erst mal her. Was? Komm erst mal her. Wo bist du? Ähm... Bei mir. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich! Sorry, das muss jetzt sein. Ich hab zwar einfach zu Stein! Oh mein Gott. Ich bin so ein... Ich bin so ein böses Hübchen. Weißt du, wie viel ich habe? Bein. Bein. Ist hier wieder diese Flacker? Aber diesmal ist es in der Mitte. Was? Ich hab's letzte Folge, was man diesen komischen Flackern da erzählt am Bildschirm. Jetzt ist es in der Mitte. Also in-game, oder wie? Es war immer in-game. Hä? Kommst du jetzt mal? Jaja, ich bau grad noch Rubin und so alles ab meinem Zimmer. Nicht. Deckmaschine nicht. Ähm... Silikon. Wo ist es da? Wir machen so immer einen Kupfer und einen Silber gegen einen Zartus. Nein. Wieso nicht? Weil das zu übertrieben ist. Nö! Ich riskier doch mein Leben! Und da ist auch das bewusst zu übertrieben. Ey, sag mal! Ah, ich hab' noch mal gefunden. Ich hab' noch mal gefunden. Ich hab' noch ein Nether-Cross. Glaub' ich nicht. Ich hab' aber meine magische Hand. Und ein Nether-Portal. Ja. Ich hab' noch mal gefunden. Ich hab' noch mal gefunden. Das ist da. Ach, ich hab' noch gesehen. Sag mal, Silber. Gibt's ja ja kaum noch. Ach ja. Ich hab' noch... Ich hab' noch gesehen. Ich hab' noch gesehen. Ja. Sagen, ich bin ausnahmsweise. Hier mache ich E-Produktiv. Yes! Oh, ist auch ein bisschen laut. Yes! Yes! Uh! Als bester Round! Egal, vier? Fünf! Sechs! Sieben! 30! Was? Ach nichts. Wie viel hast du? Äh, um genau zu sein, 28. Ich hab sieben. Ich hab schon am Anfang. Ja, vor allem die waren alle an einer Stelle. Ich mach mir jetzt erstmal eine Zottel. Ich brauch' ich vier. Vor allem bei Doppel, dass ich noch hier unten geblieben bin, Mann. Ich hab' ich zerbreche noch meine Shift-Taste, wenn ich weiter so ängstlich bin. Ja, bei Lara. Ich sollte endlich mal ein Haus bauen. Wär ich? Ich. Ja, vielleicht. Ja. Wenn ich jetzt nochmal Dias finde, ist ja richtig schief hier. Mit dir aufzunehmen ist richtig chillig. Bei Julian, mit dir aufzunehmen ist richtig chillig. Mit Julian, der hat unten so äh rumgeholt halt. Weiß ich. Wie lange brauchst du noch? Warte ich noch mal kurz WhatsApp-Antworten, weil Felix hat mich was gefragt. Und ja, Felix von Vorhinter. Ich wollte jetzt nicht Namen erwähnen, weil Schleichwerbung. Schleichwerbung bei nem Namen. Ja. Ist mir auch neu. Der Kanal meine ich jetzt. Ach so. Nein! Nein! Ich bin Lava gefallen! Hast du das mit dem Grab? Open... Ja, ist es. Hm? Was? Hm. Harngläs. Hab ich nicht. Hm. Was? Hm. Harngläs. Harngläs. Ich hab noch mal tief, ne? Los. Geh rüber. Ja. Hast du aber ne schöne kleine Hütte hier? komm mal zu mir ich bin gerade beschäftigt sag mal wo bist du ich glaube ich bin sogar richtig nah bei unserem haus bei eurer bunkerhülle oh man ja schön freu dich jetzt ja hier ist richtig viel zu hat das quatsch ist meine hülle brauchst du das herrte quatsch gar nicht mehr brauchst du das herrte quatsch nicht mehr sicher ja du wohnen ich baue mein haus jürgen wie jetzt wo wohnen wir ich brauche allein mein haus mein wort grad sind ja in der hässlichen höhle wie immer ja die hässlichen kohle ist nett gewesen dann mach dir doch gleich mal ein waypoint wenn du hier bist ja mach ich dann schick ich hab's in chat geschrieben ja ich schreibe nochmal ok egal es ist sogar richtig nah dran Toll. Was? Ne, ich rede ja mit mir selbst. Wie immer? Ne. Na klar. Brauchst du Zertusquartz immer noch? Ja. Wofür? Wozu braucht man wohl Zertusquartz? Keine Ahnung, deswegen brauche ich das. Ist ja keine große Auswahl. Bezacke? Klar. Ich spiele Zertusquartz. Ich spiele Zertusquartz. Du musst jetzt mal sehen, wie ich Bunker geschrieben habe. Wo? Oh, ich bin fast runterfallen. Jetzt habe ich Bunker geschrieben. Bunker. Ja. Kennst du jemanden, der am selben Tag wie du geboren ist? Nein. Ich kenne einen. Und da ist nur eine stumme Ehr als ich geboren. Glückwunsch. Sei stolz drauf. Ne, wieso? Da ist so eine stumme Ehr als ich geboren. Das heißt, ich bin junger. Ja. Trotzdem. Sei stolz drauf. Sei stolz drauf, aber noch, weil du es mir sagst. Wo ist der Eingang? Hier. Mann, Spitz. Aua. Brauch mich nicht. Nimm die. Hab jetzt eh meine super Hand. Richtig geschenkt? Ja. Cool. Peridors sind so unfassbar selten und stark. Ding. Hab ich kein Glas mehr. Oh Mann, ich fall hier immer fast in die Höhle, Alter. Spitz hat gemacht sich richtig gut, um Blätter abzubauen. Blätter? Ja. Ja. Wir machen Spitzhacken gar keinen Schaden. Sag bloß. Das war Ironie, man. Ja, dann sag's auch so, dass man Ironie auch merkt. Spitzhacken sind so gut für Blätter abbauen. Schon besser. Manchmal hab ich dich recht richtig lieb, Alter. Weiß ich doch. Ich komm, das probieren wir mal in real life hier einen Baum abzubauen. Ich mit meiner super Hand und du mit, äh, noch grün Spitzhacken. Viel Spaß. In real life meine ich jetzt. Ich weiß. Duf, 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 rechts, links, oben, unten. Duf, duf, rechts, links, oben, unten. Duf, duf, rechts, links, oben, unten. Ich bin fast bei meinem Todespunkt. Ich bin fast bei meinem Todespunkt. Fertig. Meine Busplatte zieht ein bisschen viel Strom. eine lehrerin hat heute gedacht dass ich schon aus der schule raus bin schätzt dich glücklich ich habe eine axt in der hand und die crafting table lassen sich kaum abbauen weil die irgendwie als holz markiert sind für die hand auch mal mit einer hand an den werkbank abbauen klar du doch am meisten war lukas auf der weise noch auf meine axt machen eure zuschauer euren richtigen namen ja weil ich habe gerade den namen gesagt mein gott wie schlimm Was warst du gerade so? Hm? Was warst du gerade so? Ich glaube meine Sachen sind verbrannt. Oh gut. Stopp doch nicht. Was? Oder? Ich mach die weiß. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich will hier einen Weg finden, mich da... Oh Mann, anzubauen. Wunderschöne Lichter. Hab ich jetzt. Hm, egal. So, was mach ich jetzt nächstes? Gibt's so viel, ne? Was? Ja, so viel, ne? Ja. Ähm... Ich weiß nicht. Was ist eigentlich mit deinem Zertus quatsch? Ja, ja, ich baue mich gerade an... ...mein Grab heran. Gott, wie das klingt. Ich hab' mein Handy geklingelt. Ja, ich hab' mein Handy geklingelt. Ja, ich hab' mein Handy geklingelt. Was bedeutet dein komisches Pfeifen? Ich entspanne mich. Oh, vergerst du. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Was? Jetzt haben wir einfach kein Holz mehr. Das war's. Was? Ich hab mein Zeug. Nach jahrelang von Überlebung. Überlebung. Ja. Ich mein Überlegung. Jetzt, ich will so hoch, ich will so hoch gehen auf die... Trite in Lava. Äh, ja. Teilzweck der MP, Trite in Lava. Wir verstehen mich schon. Wir kennen uns ja schon. Woher kennen wir uns eigentlich? Aldi. Was? Woher? Aldi? Ja, klar. Hä? Warte mal. Ich bin ja grad hoch und sind jetzt am Craften. Wir kennen uns doch nicht von Aldi. Ich war noch nie in Aldi einkaufen. Denkst du? War ich echt noch nie. Also ich, ja. Meine Mom, das weiss ich nicht. Ach, wir kennen uns doch von Tim, ne? Ja. Ich hab gleich meine Kirby. Mir geht's dir. Freu dich. Boah, mein Baumhaus. Boah, die Zertox-Squad, äh, die Peridot-Spitzerke hält so viel aus. Auf jeden Fall hundertprozentig besser als die auf Spitzerke, du. Ich bin ja kippen. Kommst du morgen mit, Lukas? Was? Wohin? Angeln. Klar. Ganz spontan. Bock! Was? Hast du Bock? Kann eh nicht. Äh, zwing ich dich einfach mitzukommen? Nein, Spaß. Wie lange nehm ich denn auf? Ähm, 28 Minuten. Können langsam aufhören. Was? Wie lange? 28 Minuten. Kurz. Komm, wir machen 35. Okay. Was fehlt denn jetzt noch für die Query? Ich hab die doch schon. Also warum brauchst du dann das Zertox-Squad? Überleg doch mal. Kann ich nicht. Da ist selber. Und ihr müsst ja auch klar sein, dass das jetzt gekommen wär. Du kennst mich ja schon. Gut genug. Guck. Außen. Tag ist nicht sch... Es müssen nur noch zum Punker kommen. Ja ja, noch 200 Meter entfernt ist. Ich mach ja grad alles frei für die Query. Ich hab 13 Zertox-Quads. Was? Ich hab 13 Zertox-Quads. Kommt grad richtig gesehen. Wollen wir mal sagen wie viel ich hab? Wie viel? Nichts mehr. Was? Im Zertox-Quads bin ich reicher als du. Weißt wieso? Warum? Wie ich so ein paar Maschinchen stehen hab. Hä? M-E-Konto. Hast du schon hier Lorid gefunden? Ja. Sonst würde ja wohl kaum mal wie ein Reaktor stehen. Deswegen frag ich ja aber... Boah, ich hab noch nie was gefunden. Beziehungsweise hab's dann gekonnt übersehen. Okay. Steh machen. Tiefen nicht. Tiefen nicht. Tiefen nicht. Tiefen nicht. Oz. Säkter nicht. und ich mache jetzt eine turtel brauchst du licht brauchst du licht wird wieder angeben oder was da war meine hand zu schnell ich hab da mal clean stone aber hast du keinen ofen ja war und er hat sogar das green zu übersehen da ich hab nicht geklaut was ja von mir also hast du nicht gekommen ja ich brauche noch fünf kupfer und gibt einfach drei eisen danke schön mit ihnen geschäft zu machen mein herr ich bin ich bin redpit Ach, die Kwebi macht das schon. Hä? Die Kwebi macht das hier schon. Ja. Ja, die Kwebi muss doch so ein Loch machen, wo sie sich runtergräbt. Zuvor muss sie ja sowas weg machen. Das wollte ich grad machen, aber das kann ich ruhig selber machen. So, wir müssen dann gleich aufhören, ne? Ja, wollte ich grad sagen. Ich sag dann Tschüss. Warte! Ich muss meine Turtel noch haben. Okay, tschau!